Zahngesundheit geht weit über ein schönes Gebiss hinaus. Was viele noch nicht wissen ist, dass die Zähne in Wechselbeziehung zu unseren Organen und Knochen stehen. Das sollte Grund genug sein, sich die Zahngesundheit mal etwas genauer anzuschauen. Hallo, ich bin Ernährungs- und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Schön, dass du mit dabei bist. Los geht's. Schon Paracelsus hatte früh erkannt, an jedem Zahn hängt ein Mensch. Die Funktion der Zähne geht weit über das Kauen hinaus. Die ganzheitliche Medizin verfolgt den Ansatz, dass Zähne und Mundraum Ursprung vieler akuter und chronischer Krankheiten sein können. Zahnerkrankungen sind demnach nicht nur ein ästhetisches Problem. Sie bedeuten mit den damit häufig verbundenen Schmerzen Schäden und weitreichende Folgen für den gesamten Körper. Zähne, Organismus und die Psyche sind eng miteinander verbunden, beeinflussen sich gegenseitig und können Ursache für eine ganze Reihe chronischer Krankheiten darstellen. Wenn ein Zahn krank ist, kann er das gesamte System schwächen und ein gestörtes Kiefergelenk kann zu Rücken- und Kopfschmerzen sowie zu Nackenbeschwerden und auch Ohrgeräuschen führen. Jedem Zahn ist ein Organ zugeordnet. Ist der Zahn erkrankt, kann sich das an dem jeweiligen Organ äußern und umgekehrt. Ich weiß, das hört sich spooky an. Ist aber so. Um sich von den Beschwerden langfristig zu befreien, muss die Ursache ermittelt werden, sodass beide Störfelder, also Zähne und Organismus, behandelt werden können. Machen wir mal ein paar Beispiele. Herzenfakt und Schlaganfall. Bei einer chronischen Parodontitis, also einer Zahnfleischentzündung, gelangen ständig problematische Bakterien an dieser Schwachstelle in den Blutkreislauf. Sie können dort für Entzündungen sorgen. Bleibt diese akute Zahnfleischentzündung unbehandelt, wird sie verschleppt. Die Erreger dringen somit über lange Dauer und ständig in den Körper ein, wo sie das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankung und einen Schlaganfall erhöhen, weil diese Bakterien auf der einen Seite die glatte Gefäßinnenwand, die sogenannte Intima, aufrauen und dadurch verhärten kann und auf der anderen Seite die Gerinnungsneigung des Blutes beeinflusst. Die ständig im Körper kreisenden Entzündungsstoffe bewirken also ein Verhärten der Gefäßwände. Damit steigt der Blutdruck und das kann eben ganz am Ende zu einem Schlaganfall oder Herzinfarkt führen. Eine Parodontitis kann auch Erektionsstörung verursachen. Wenn die Bakterien die Endothelzellen im Penis schädigen, dann fließt das Blut nicht mehr so gut in das Vergnügungszentrum, um dort zu bleiben. Der Kollege bleibt dann einfach liegen. Auch Depressionen stehen oft in Verbindung mit Zahnproblemen, weil die eindringenden Bakterien den Gehirnstoffwechsel beeinflussen können. Mal abgesehen von den großen Schmerzen in der Akutphase, die richtig schlechte Laune macht. Beachte auch, dass schlecht eingestellte Diabetiker Typ 2 aufgrund der hohen Blutzuckerwerte oft schwer angeschlagene Gefäße haben. Dann können auch die Zähne nicht mehr gut mit Nährstoffen versorgt werden. Die gehen dann schneller kaputt. Es kommt eher zu Infektionen. Wer unter Migräne leidet und dagegen schon alles Mögliche versucht hat, ohne Erfolg, eine Fehlstellung des Kiefers kann einen ungünstigen Einfluss auf die Körperhaltung haben, was dann wiederum Verspannungen auslösen kann, die dann diese Migräne triggern. Es gibt Zahnärzte, die Vermessungen des Kiefers anbieten. Das könnte helfen, denn wer seinen Feind kennt, der kann angreifen. Okay, ein nicht optimal justierter Kiefer kann mit der Zahnbürste nicht in Position geschrubbt werden. Da braucht es zum Beispiel eine Spange bzw. eine angepasste Beißschiene für die Nacht. Aber für die Zahnhygiene, da können wir eine ganze Menge tun. Grundsätzlich ist ein regelmäßiger Zahnarztbesuch unbedingt wichtig, weil dann potenziell Karies oder Zahnfleischentzündung im Anfangsstadium erkannt und mit sehr wenig Aufwand beseitigt werden kann. Ja, ich weiß, dass viele Menschen regelrechte Panik vor dem Zahnarzt haben. Die Frage ist nur, will man das aushalten, bis die Beißer dramatisch weggefault sind? Mit meinen 47 Jahren bin ich ja auch schon lange am Start, war schon sehr oft beim Zahnarzt. Und weil meine Eltern bei mir als Kind nicht ganz so penetrant mit dem regelmäßigen Zähneputzen waren, musste ich früh so einiges machen lassen. Ja, schade, war völlig unnötig, wenn ich bzw. meine Eltern mehr auf Zahnhygiene geachtet hätten. Aber es ist schon erstaunlich, was sich bei den Behandlungs- und vor allem Betäubungsmethoden so alles getan hat. Die Betäubungsspritze, die merkt man heute so gut wie gar nicht mehr. Das beruhigt, finde ich. Okay, jetzt aber zur Vorsorge. Mindestens zweimal täglich Zähne putzen. Mindestens zwei Minuten lang. Ich finde elektrische Zahnbürsten klasse. Genauso wichtig ist Zahnseide und auch Zahnzwischenraumbürstchen. Ich nehme die beiden täglich im Wechsel. Nimm eine richtige Zahncreme. Vorsichtig solltest du mit Creme sein, die die Zähne angeblich weiser machen. Oft enthalten die Schleifkörner, die den Zahnschmelz auf Dauer abschmirkeln können. Bei den Zahnbürsten gilt, härter macht zwar etwas besser sauber, aber können bei zu hohem Druck auch das Zahnfleisch angreifen. Es zieht sich dann langsam zurück. Kreisende Bewegungen sind gut. Am Ende vom Zahnfleisch nach außen. Zum Schluss die Kauflächen. Und dann ganz wichtig, kräftig spülen. Mit Wasser oder mit einer Zahnspülung ohne irgendwelche Chemie. Natürlich ist es grundsätzlich genauso wichtig, was du isst und trinkst. Zum einen, um problematischen Bakterien möglichst wenig Futter zu geben. Denn da gibt es einige, die Kohlenhydrate über alles lieben. Vor allem Zucker. Die futtern das und kacken dir dann als Dankeschön in den Mund. Du kannst das dann auch schmecken. Bald nach dem Zuckrigen hast du so einen gammelig-sauren Geschmack im Mund. Stimmt's? Ja, Kacke. Oder? Achte auch darauf, dass du zwischen dem letzten Bissen deines Essens und dem Zähneputzen mindestens eine Pause von 10 Minuten hast. Dann hast du schon ein paar Mal Spucke geschluckt. Und potenzielle Zahnschmelz-Schleifstoffe, die sich im Essen befinden könnten, wie zum Beispiel den Zucker, sind dann schon im Magen und nicht mehr im Mundraum. Gesunde Ernährung, reich an Vitalstoffen wie Gemüse, eiweißbetonte Kost wie Fleisch, Fisch, Eier, Hülsenfrüchte und so weiter, liefern den Zähnen Baustoff von innen. Da ist Calcium ganz wichtig, was zum Beispiel in grünem Blattgemüse steckt. Aber auch Magnesium spielt eine ganz große Rolle. Und Vitamin D, weil es hilft besser, Calcium aufzunehmen, das dann in die Beißer eingebaut wird und sie von innen heraus stark macht. Es spricht doch nichts gegen zuckerfreie Kaugummis für unterwegs. Vor allem, wenn du was gegessen hast, bevor die Bakterienkacke im Mund vor sich hingammelt. Neutralisiere das mit einem zuckerfreien Kaugummi. Das ist besser. Und wenn du deine Zähne gezielt mit hochwertigem Baumaterial stärken willst, neben den eben genannten natürlichen Quellen, empfehle ich dir auch Calcium aus der Sangomereskoralle von VitaMoment. Genauso wie das Magnesiumcitrat. Ich verlinke dir das in die Videobeschreibung. Schau es dir mal an. Dort findest du auch Vitamin D in Kombination mit K2 in der besonders hochwertigen MK7-Altransform. Das K2 hilft, das mittels Vitamin D resubierte Calcium Richtung Knochen und natürlich auch Richtung Zähne zu lotsen, damit die von innen heraus stark werden können. Und beachte auch, dass Vitamin C ganz besonders wichtig für die Gesundheit des Zahnfleischs ist und viele unter einem Vitamin C-Mangel leiden. Falls du mit dem Zahnfleisch Probleme haben solltest, dann mehr zuckerarmes Obst essen. Oder einfach mal konzentriert zum Testen, ob das dann schnell besser wird als hochwertige Nahrungsergänzung. Teste mal eine Packung lang Vitamin C. Das könnte sehr interessant werden, damit du morgen noch kraftvoll zubeißen kannst. Äh, Moment. Den Slogan, den kenne ich irgendwoher. Du auch? Hast du noch Tipps zur Zahngesundheit? Schreib sie in die Kommentare. Da kommen doch sicher ein paar tolle weitere Ideen zusammen. Danke dir. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.